hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge no one is survived vielen lieben dank für die unterstützung in den kommentaren es ist doch tatsächlich ich denke ich habe es jetzt verstanden also ich hoffe ich habe jetzt verstanden es ist tatsächlich ein bisschen materialaufwendiger der bau eines hauses und deswegen macht das wahrscheinlich wirklich sinn so wie es auch gesagt wurde dass man erst einmal in einem haus mit fondament setzt denn alle balken ersetzt komplett alle balken querbalken senkrechte balken alle balken müssen gesetzt sein und dann kommen erst die ganz anderen elemente dran so und habe ich verstanden und ich habe auch verstanden dass ich hier dass ich hier jetzt auch noch balken ran packen muss nach oben damit diese schräge hier snappen kann und diese dinge muss ich dann offensichtlich noch mal abnehmen oh mein gott was das kostet okay das eine gute ist wenn ich die abbaue dann kurz hier reingucken also ich habe den hammer an deswegen ich kann man ein bisschen lernen nebenbei wenn ich die abbaue dann lerne ich tatsächlich irgendwie ein skill bekommt man denn dafür also skill punkte deswegen ist es nicht ganz so dramatisch allerdings kostet das halt immens viel material aber hey wir wollen das ja ordentlich haben ich will ja nicht so ein kackhaus haben mit irgendwelchen lücken ich würde es ja gerne richtig machen und deswegen machen wir das auch worauf jetzt achten müssen morgen ist tag 20 morgen ist horden nacht es ist jetzt schon gleich wieder dunkel das heißt wir werden relativ zeitnah wieder schlafen und wir müssen am nächsten tag gucken dass wir die werkzeuge erstmal reparieren und wir müssen unbedingt material holen für die horden base denn wir müssen noch ein paar spikes setzen bevor die ganzen zombies dann nachher kommen und wir müssen eine waffe holen aus dem auto ich weiß noch nicht welche wir benötigen ich will irgendwie wir haben ja jetzt ein bisschen was und also irgendeine waffe mit der wir wo wir genug munition haben und dann müssen wir erstmal die horden nacht überstehen und danach können wir dann hier weitermachen ich glaube das hat priorität ich würde aber jetzt noch mal fix die dinge reparieren ich habe eine woche nicht gespielt habe ich oh gott was ist das hier schrotflinte die ist nicht gut die ist auf auf nähe obwohl schrotflinte naja machen wir uns machen wir uns morgen kommt so hier haben wir noch einen zusatz top da wurde ja auch geschrieben dass töpfe auch an haltbarkeit verlieren wir haben immer noch kein licht warum habe ich noch kein licht ich will kein gamma anstellen aber ich habe ja ich habe ja die lampe wurde noch mal gesagt die schulterlampe wie kann ich die anmachen moment 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 die vergesse ich ja auch immer die schulterlampe licht t unzureichende schrumpfersong ich brauche eine batterie haben wir eine batterie kann ich jetzt kann ich einfach t drücken wie kann ich das aufladen aufteilen vielleicht muss ich eine aufladen so jetzt so packen wir die wieder weg die gutsten muss was essen ich sehe schon werden hier noch einen leckeren topf den sollten wir uns morgen früh reinzimmern aber der bringt jetzt auch nicht so viel was haben wir noch wir haben hier nichts weiter wir haben gar kein essen denn wir müssen unbedingt auch nahrung organisieren das heißt wir haben genug zu tun scharf schützengewehr das ist bisschen overdose glaube ich für die horde nacht okay okay so t wir haben nicht ein bisschen okay leute dann ist das der plan 1941 jetzt gehe ich noch nicht pennen wir sollten noch mal gucken dass wir wie gesagt die sachen hier reparieren oder neue bauen brauchen eine neue bauchhammer brauchen wir auf jeden fall wir brauchen die stallachs können wir noch nicht bauen steinmesser und spitzhacke ist leider auch bald hinüber wir haben aber noch ein normales messer wir bauen uns noch eine normale haben wir wirklich keine spitzhacke hier ist noch eine axt die wir als nächstes nehmen können das hier muss ins auto beziehungsweise ins auto geladen werden das können morgen machen und ich baue jetzt noch eine spitzhacke so haben wir alles denke dann haben wir die auch schon mal im gepäck dann haben wir können auch gleich noch bauen hat er die jetzt gebaut oder nicht und wo sind wir jetzt wenn kein platz in der werkbank ist hat er die wo nicht gebaut richtig doch hier haben aber die spitzhacke nicht wo ist die spitzhacke oh mein gott hier liegt irgendwo rum okay alles klar so schrotflinte lasse ich schon mal im gepäck okay wir haben alles was wir brauchen messer axt blablabla okay passt und ich möchte vorne tatsächlich dieser hammer auch geni der hammer behalten wir schon auch für die hordennacht falls einer quer kommt aber es ist sehr schwer mit diesem hammer irgendwie auf schnelle zombies zu gehen das bedeutet wir brauchen auch unsere anderen waffen die hier nicht mehr drin sind wo sind denn bitte unsere wir haben noch eine machete ich glaube schaden 30 schaden 30 wie geht auch die nehmen wir auch mit dies auch gut so sind wir schon mal ausgerüstet so und das hier wie gesagt wurde auch schon geschrieben ist es wohl sinnvoll dass hier noch mal abzureißen weil wir jetzt hier die lücke haben wir werden dann hier weitermachen wir machen die quer streben dann gucken wir dass wir dieses ding hier richtig rein snappen das sieht sonst so kacke aus also hier noch mal ein paar balken hin oben muss ja wahrscheinlich auch noch ein balken hin ich weiß gar nicht ob so eine dreieck dreieck dinge gibt für oben drauf ich glaube schon und wie wir das hier machen wenn ich mir auch noch unsicher wenn wir das eh noch mal abreißen können wir da noch mal drüber nachdenken vielleicht gibt es ja so ein dachtteil ja genau so was können wir ja nehmen so was hier in der art nur als aus stroh dass wir doch einmal komplett rum gehen um das ding ich glaube das macht sinn leute ein komplettes dach einmal drumherum es wird eh teuer das wissen wir aber wenn dann richtig okay gut dann gehen wir jetzt pennen haben wir wieder wegpacken wir begrüßen den neuen tag machen uns erst mal was zu essen dann gleich was bestimmt richtig gut funktioniert wenn es regnet naja wir schlafen erst mal gut 22 49 wir machen acht stunden oder so damit wir ordentlich ausgeruht sind und machen wir sieben stunden sieben stunden bin ich eigentlich richtig muss man gucken ob die cam richtig sitzt das habe ich gerade aber noch was anderes aufgenommen jetzt nicht mehr sicher aber ja okay okay wir haben hordentag wir müssen dringend was trinken wir haben noch eine dose nahrung wir gehen hier nochmal hinten in die häuser haben wir hier noch wasser drin sauberes wasser, sauberes wasser, sauberes wasser, sauberes wasser, perfekt dann können wir das ja trinken gehen wir uns auch gleich noch waschen, obwohl es jetzt regnet mal gucken ob das geht, es ist zu feucht, shit, kann man das hier, können wir das nochmal umsetzen das gute, hier drin ist doch trocken hier ist auch, ich nehme das mal rein jetzt mal umsetzen ich nehme das mal raus bedrückt halten bringen keine materialien zurück sondern sammeltechnische erfahrungen toll, das hat ja richtig gut geklappt, das habe ich jetzt nicht behandelt Und, okay, haben wir denn alles, was wir brauchen für ein Lagerfeuer? Hier könnte ich. Hier könnte ich. So. Dann machen wir den Topf wieder rein. Dann machen wir Holz heim. Oh nein, wieso geht das denn hier nicht? Shit. Okay, ähm. Shit, 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 shit. Das ist nicht gut. Ist das hier auch gefolgt? Okay, dann müssen wir los. Ich muss kurz in die Gebäude. Haben wir noch diesen... Wo sind meine Stäbe? Holzspehr. Ich habe noch eine Machete. Jetzt habe ich hier alles... Oh nein. Ich darf mal kurz im Auto bringen, das Benzin weg. Dann gehen wir in die Häuser und gucken, dass wir da Nahrung bekommen. Dann holen wir unsere Karre, werden ein paar Bäume fällen. Dann gucken wir gleich. Aber die Spruchflinte, glaube ich, ist nicht das Richtige. Das ist auch eine Spruchflinte, da haben wir hier eine Akade. Ähm, da brauchen wir 7,6 Zorkalibre. Was ist das hier? Spruchpatron nehme ich auch nicht. Wir haben halt nicht so viel, aber gut. Schlimm ist. 5,56 Special Forces Assault Rifle. Die würde ich mir erst mal aufheben. Alright, dann haben wir jetzt hier das Essen. Wenn ich jetzt rübergehe... ...ins Haus... ...habe ich keinen Platz, um irgendwas einzusammeln. Das ist sehr, sehr ungünstig. Okay, ich packe mal kurz die Sachen so rein. Oder in meine Karre vielleicht. Das ist eine gute Idee. Wo ist meine Karre? Wir nehmen die Karre mit. Wir müssen eh hoch zum Gebäude. Haben wir da auch ein Lagerfeuer? Weiß ich gar nicht genau. So, du bist voll, ne? Oh Gott. Oh no. Ähm, das wollte ich verkaufen, richtig? Ach, hier sind meine Speere. Ja, hervorragend. Dann nehme ich jetzt einfach den mit. Den haben wir aber keine Möglichkeit, Holz zu lagern. T-Shirt. Lass mal gucken, wie unsere Klamotten aussehen. Das ist eigentlich noch relativ gut alles. Ähm, wir brauchen wahrscheinlich mehr Wagen. Es reicht vorne und hinten nicht, der Platz. Nun gut. Krankheitserreger. Mhm. Toll, toll, toll. Empfindliche Teile haben wir. So, ähm, ich werde die Spitzhacke mal, die brauchen wir jetzt glaube ich nicht, wir brauchen nur die Axt. Das packe ich wieder weg. Den hier würde ich auch gerne wegpacken. So, dann nehme ich den nämlich nicht mit. Den Hammer hier hin. Die AK packe ich jetzt. Wie machen wir denn das jetzt verdammt nochmal? Das ist ja furchtbar. Ich habe so viel Stuff. Aber ich kann die Klamotten nicht wegschmeißen. Wir brauchen die. Wir wissen, wir werden ständig irgendwie verletzt. Und dann, äh. Okay, haben wir hier noch Platz drin? Ist hier irgendwo noch Platz drin? Ich jetzt die ganze Zeit mit Sortieren verbringe, dann schaffen wir nichts. Schaffen wir einfach nichts. So, okay. Hier haben wir ja auch schon zwangsläufig irgendwelche Sachen reingeklatscht. Okay, okay, okay. So. Ne, warte mal. Das hier wollte ich behalten. Moment, wir brauchen das für die Töpfe draußen auf dem, auf dem Dings. Das wollte ich da schon mal reinlegen hier in diese Lernstöpfe. So. 5,5. Es wird kritisch. Es wird kritisch schon wieder mit der Nahrung. Wir müssen jetzt los. Okay. Wie sieht's aus? Wir brauchen Kohlenhydrate. Protein. Achso, jetzt kann ich kochen, ne? Moment. Jetzt kann ich kochen. Okay, let's go. Wo ist meine, wo ist meine Dose? Aber wir brauchen trotzdem noch mehr Nahrung. Das wird nicht reichen. Alles? Hä? Achso, hier kann man nur rohe Sachen reinmachen, glaube ich. Gut, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir den Wagen leer kriegen, weil ich brauche pro Spike, glaube ich, drei Holzstämme und wir müssen uns ja von innen reinbauen. Das, was irgendwie auch so dämlich ist. Weil dann kommen wir gar nicht mehr raus. Mal gucken. Naja. So, wir essen. Das ist natürlich viel zu wenig. Kann ich das ausstellen? Nein. Ich kann das nicht ausstellen. Neu Millimeter-Patronen für die Knarre. Oh, das ist gut. Die haben wir auch noch. Genau. Okay. So. Wir haben den Militärrucksack. Ist der gerade... leer? Ich will den nicht aufsammeln. Ich wollte reingucken. Der ist leer. Da könnten wir Holz reinmachen, ne? Okay. Könnten Holz reinmachen. Oder diese Sachen, die ich nicht einfach reinschieben kann. Das ist natürlich sehr schade. Okay. Okay. Gut. Let's go. Also. Das heißt. Wir holen uns jetzt ein paar Stämme. Wir brauchen pro... Pros Barrikade. Pro Barrikade brauchen wir drei Baumstämme. Und ich glaube, wir brauchen, wenn ich kurz mal durchrechne in meinem Kopf, waren da, glaube ich, eins, zwei, also fünf, drei, vier oder fünf, glaube ich, brauchen wir, um uns da komplett einzubauen. Das bedeutet, wir machen jetzt ungefähr 15 Holzstämme. Wenn das funktioniert, hier rein irgendwo. Waffen haben wir ja jetzt schon. Ah! 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 Äh, Deckung. Ich habe nicht genug Essen. Wir müssen nochmal kurz in irgendwo rein. Hm. Das funktioniert wirklich sehr gut. Okay, wir machen folgendes. Ich packe erstmal die Waffen hier. Die passen alle in irgendwo rein. Zackke. Hammer. Messer. Messer. Das sind ja die ganzen Ersatzteile hier. Ähm, Moment. Das legen wir hier rein. So, da passt das Shirtchen nicht mehr hin. Das ist natürlich nicht so gut. Die Axt brauchen wir gleich. Oh mein Gott. Das ist ja... 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 Und so. Dann kann ich ein paar von den Dingern aufsammeln. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Dann... Dann... Nehmen wir den raus. Verwenden den. Nein. Verwenden den. Und packen da die ganzen Dinger rein. So. Und den auch. Okay. Ähm. So. Dann den wieder da rein. Wie viel war das jetzt? Zu wenig auf jeden Fall. Hallo? So. Okay. Nächster. Perfekt. Dann ist da wieder ein bisschen mehr Platz. Nehmen wir den Baum auch noch mit. Dann gehen wir als nächstes... Dann stellen wir den Wagen fix vorne bei der Hordenbase ab. Und gucken mal. In den Häusern fix nach Essen. Das ist glaube ich sehr, sehr wichtig. So. Das nehmen wir mit. Okay. Kein Platz. Guck nochmal. Okay. Der ist voll. Also zwei, vier, fünf, zehn, elf. Elf Dinger sind da drin. Wir haben jetzt exakt 15. Das müsste doch reichen, oder? Ich nehme natürlich noch alles mit. Was geht? So. Das müsste theoretisch reichen. Okay, let's go. Ah, hier liegt auch noch was. Dann nehme ich das auch noch mit. Okay. Mehr geht nicht. Gut. So. Diese Holzstämme. Ich habe Schiss, dass die uns den Wagen kaputt machen. Obwohl wir haben eine Steinbutze. Aber wir brauchen den Wagen. Vielleicht brauchen wir noch eine Klamotte. Das hier ist natürlich Quatsch, jetzt mitzunehmen. Aber hier haben wir noch ein paar Waffen drin. Das ist schon richtig so. Wir nehmen das jetzt mit. So. Bring den erstmal kurz weg. Also hier müsste noch ein Spike hin. Hier, zwei, drei, vier, fünf. Ja, so ungefähr. Müsste das passen. So, dann stellen wir den hier direkt in die Mitte. Damit die da nicht drankommen. Oder hier so. Würde ich sagen. Und von hier oben können wir... Wir dürfen nicht runterfallen, ne? Von hier oben können wir dann runterballern. Je nachdem, wo die gerade sind. Die werden sich schon irgendwie einen Weg bahnen. Ich hoffe ja, dass die einfach durch die Spikes gehen. Mal gucken. So, ähm... Dann gehen wir mal kurz rüber. Die Machete hebe ich mir jetzt, glaube ich, erstmal auf. Nee, geht nicht. Dann müssen wir das doch so machen. Okay. Dann lasse ich die Zahnstocher hier. Machete nehme ich jetzt mit. So, wir gehen erstmal kurz in die Bude. Gucken nach Nahrung. Das ist wichtig. Da läuft einer. Wo war das mit der ganzen Nahrung? War das hier? Ich glaube hier. Nee, hier war das nicht. Kein Kühlschrank. Geh gleich weiter. Ich werde jetzt hier nicht alles durchsuchen. War das auch noch einer? Ich glaube, das dritte Haus war es. Oder war das hier? Hier war es auch nicht. Aber hier ist eine Küche. Das ist schon mal gut. Gut, konsumieren. Das vergammelt uns sonst sowieso. Ich konsumiere das jetzt. 19 Uhr geht's los, ne? Oh Gott, ich bin jetzt schon auf Gericht. Mh. Kartoffeln hätte ich, glaube ich, kochen können. Ich packe die mal ein. So, was haben wir noch? Motivationszeitschrift habe ich keinen Platz, leider. Ich habe leider überhaupt gar keinen Platz. Ich bin ja auch ein bisschen doof. Aber vielleicht finden wir irgendwas, was ich direkt essen kann. Oh, Wein. Wein gibt auch Motivation, ne? Hier, Dose. Die kann ich direkt essen. Oder? Schmeckt am besten warm. Munition. Ja gut, ich nehme jetzt diese Dose hier mit. Die andere passt nicht. Warte, doch. Oder doch, 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 doch. Warte, warte. Warte, warte. Doch, okay. Gut, dann können wir uns jetzt erstmal ein bisschen was reinzimmern. Hier gucke ich aber trotzdem nochmal rein. Wir müssten das aber alles noch holen, ne? Also Nahrung müssen wir unbedingt aus den Häusern holen. Das ist ganz wichtig. So. Dann gehe ich schon mal rüber in die Bude. Wir brauchen noch ein bisschen Holz, damit wir da was kochen können. Dann zimmern wir uns das ganze Essen rein. Wasser haben wir dann am Start. Damit wir für die nächste Episode dann gerüstet sind. Wir haben es jetzt 13 Uhr. Wir haben jetzt noch exakt sechs Stunden. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Sechs Stunden. Also bis wir... Das ist ein neuer Baum. Ich brauche Büsche. Wo ist das denn? Das ist ein normaler Busch. Haben wir irgendwo diese Büsche? Genau, wie lange die sechs Stunden dauern. Vielleicht warte ich ein bisschen. Holer uns dann dazu. Damit wir dann in der nächsten Episode gemeinsam den... Hallo. Hallo. Die Horden nachmachen können. Die zweite. Wird furchtbar. Werde sterben. Aber wer weiß. Erstmal gucken, ne? So, ich brauchte nur ein bisschen Holz zum kochen. Okay. Wir kochen mal so ein Eintöpfchen. Alle beide. Die essen wir uns auch gleich direkt beide. Damit wir genug Proteine und Kohlenhydrate drin haben. Wasser haben wir noch. Und dann machen wir Hordennacht. Und danach... Müssen wir dann einmal alles looten in den Häusern. Also was wichtig ist. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Weil der Loot ja irgendwann dann auch wieder ersetzt wird. Ja. Das ist sehr wichtig. Habe ich die ganzen Stöcke jetzt da noch liegen? Ne, die sind hier. Okay. So, dann essen wir erst mal Dosen. Das und das hier. Und dann kochen wir das. Sehr gut. Okay, Lieben. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge holen wir uns den Wanst voll und werden dann ganz entspannt eine Hordennacht bestreiten. So, Holz haben wir. Ich muss dann auf jeden Fall noch rüberlaufen, fix die Blaupausen setzen und wir zollen uns dann da einfach ein. Vielleicht mache ich das noch und warte dann auf euch, bis es losgeht. Mal gucken. Ich hoffe, ich habe da nichts vergessen und bin dann in den Spikes und werde mich dann selber umbringen. Das wäre natürlich ein Traum. So. Wasser, glaube ich, werde ich auch nochmal kochen. Wenn wir hier noch Feuer haben, hole ich gleich noch zwei Flaschen Wasser. Und dann ist gut. Was machen wir noch? Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.